Okay, hier gibt es zwei Wege. Sie geht von irgendwas weg. Und geht nach rechts lang. Das sieht hier so aus. Wie das von ganz am Anfang. Ein bisschen, oder? Also von ganz Anfang. Wie soll ich das erklären, ne? Wo ist das denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Also wo ich das Spiel gestartet habe, da waren wir noch eine andere. Ein anderes Mädel waren wir da, ja. Und da sind wir doch aufgewacht und mussten rauslaufen. Ich glaube, das war hier doch denn, oder? Also hier, so wo wir jetzt hier sind, das sieht halt so mit den Wänden so aus, oder nicht? Okay, wir kommen hier aber erstmal nicht durch. Das ist schön, das ist schön eigentlich. Hinter dem Gitter verbirgt sich ein weitläufiges Gebiet. Ich kann dort mehrere Buddha-Statuen erkennen. Es ist halt schön, wenn man ein paar Wege zu sind. Dass ich halt nicht mir die ganze Zeit denken muss, ich übersehe was, ich finde was nicht, ne? Ja, ich weiß, wir müssen in die andere Richtung, aber ich will natürlich auch hier mal gucken. Das ist aber gleich, okay. Und es ist tatsächlich der Raum. Wir waren hier doch ab ganz am Anfang. Und sind denn hier rausgegangen. Wir sind ja irgendwie, ich weiß nicht, waren wir aufgewacht oder irgendwie sowas? Das ist ja schon ein bisschen her, ne? Ich weiß gerade nicht, was muss ich denn jetzt hier vielleicht mal gucken? Hä? Da bin ich doch... Oh mein Gott. Gott sei Dank, da bin ich doch hergekommen. Und auf einmal steht da so eine... Na komm. Oh na, komm. Wie viele sind das jetzt? Ich glaube zwei. Ich müsste auch irgendwie beide mal zusammen kriegen, aber... Ah, wobei jetzt habe ich beide bekommen. Na, geh weg. Nice, 528 Gesamtschaden. Das war stark. Kann das sein, dass eine schon jetzt weg ist? Ja, ne? Eine ist weg, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Schaffe ich das noch hin? Ich glaube nicht. Na, komm. Verdammt. Wieso muss ich da lang? Da bin ich doch gekommen. Ja. Äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau. Vielleicht musste ich auch noch gar nicht in den Raum rein. Ich glaube... Ich glaube, ich musste gar nicht in den Raum rein, wie es aussieht. Guck mal, jetzt zeigt es mir... Ja, wir gehen erstmal kurz da in die Mitte. Eine verzierte schwarze Kiste. Sie sieht etwas anders aus, als die, in der Haruka eingesperrt wurde. Sie ist fest verschlossen. Könnte Mio-Hitarin eingeschlossen sein? Die Kamera registriert etwas. War diese Mio denn... Wer war denn Mio? Ist halt echt so. War Mio die, die wir als erstes gespielt haben? Oder ist das jetzt die, die wir retten müssen? Es scheint, als würde Licht aus der Decke strömen. Anscheinend ist über mir noch ein Stockwerk. Der Schacht in der Decke führt dorthin. Ernsthaft? Ich muss die Überdachung jetzt öffnen? Wie soll ich das denn machen? Ja gut, das zeigt mir jetzt an, dass ich da lang muss, aber... Wartet mal... Äh... Ist das hier... Eigentlich müsste das ja jetzt in diesem Raum sein, wo wir schon waren. Weil auf der Karte ist ja, glaube ich, genau über dem... Ist da gerade was in der Wand verschwunden? Keine Ahnung. Ich kann ja sonst mal... Hier, also wir... Wir haben halt jetzt, ne? Da will ich hin, weil... Näh, wartet... Weil das müsste ja hier sein. Ich bin hier hochgegangen, gehe jetzt nach da und nach oben, ne? Ich gehe einfach mal da hin. Wow, wer ist das denn? Wer, 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 wer ist das? War es das schon? Soh... Er ist so... Vielen Dank. Ja, so hat der die auch noch umgebracht, oder was? Was ist denn los mit dem Typen? Ey, warte, nimm das. Nimm das doch. Jetzt. Oh, was? Jemand steht in einem Raum voller Särge. Das sieht aus wie ein Boot. Eine Person steht auf einem kleinen Boot. Ich kann etwas hinter dem Gitterfenster erkennen. Ich muss diese drei Orte finden. Oh Mann. Löse den Mechanismus aus. Och, was? Was? Ein Boot? Keine Ahnung. Ja, also der eine ist klar. Der eine Ort ist sehr, sehr klar. Der andere eigentlich auch. Ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder nach unten. Ne, warte mal. Ich bin gerade komisch im Kreis gegangen. Also eins müsste jetzt hier links sein schon. Das ist der Raum mit den Särgen. Du hast ein Foto geschossen, das dem Seelenfoto edelt. Oh, super. Was hat das eigentlich? Wartet mal. Wenn ich das so... Alter, bleibt doch mal ein bisschen stehen. Ich glaube, ich habe gerade was richtig krasses herausgefunden. Glaube ich. Vielleicht. Eventuell. Wo kommt die andere denn her? Was ist jetzt los? Alter, was? Ich sehe nichts. Wirklich. Hallo? Nein. Oh mein Gott, ich sterbe gleich. Wir nehmen mal so eine... Und dann... Warte, was ist das? Au. Das hätte ich nehmen sollen. Einfach mal. Egal. Bevor ich hier jetzt noch sterbe... Oh nice. Das ist gleich die andere auch noch mit auch gekreuzt. Okay, eine ist anscheinend weg. Okay, das erste Foto haben wir jetzt also schon mal. Hiermit bedanke ich mich fürs Schauen des Project Zero Parts. Ich hoffe, er hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.